herzlich willkommen zu einer rettung von und hier habe ich in die joe whisky boots revenge wenn du es gibt und das hat es gesagt excels das weniger noch drei aufrüstung städte bernsburg oder testet und dass ich weiß sieben bernsburg viel besser war na ja wir müssen uns auch irgendwann das machen dass der art mit dem etwa mit etwas glück finde ich hier ein ist der fünf teile im glühende stadt jetzt man liegt es war die heimat eines menschen so egocentrisch legenden sagen sie könnte die anbetung von anderen fressen und ihre macht würde wechseln so ganz wieso denken würde ihr unerseitig das ego anschwellen lassen was meinst du ich denke jetzt gerade an sie jemand hat sich an mich erinnert natürlich haben sie das jetzt wo ich zurück bin werde ich ewig stehe und jetzt schaut was sie getan hat ja gut her ich habe keine zeit mich mit launischen geister abzugeben ich erinnere mich zurückgebracht du hast dich ganz klar hat dass alle über mich erinnert war es meine ansteckendes lachen oder war es ein meiner vielen rei trophäen du musst wissen dass ich immer die besten bewährten bekam ich habe sogar gegen mein eigenes pony für die gepflegtesten gewonnen und ich war nicht einmal angemeldet ich bin mir diese tricks bewusst je mehr aufweistungkeit ich dir gebe desto stärker wirst du werden sei dankbar dass du überhaupt existierst und verschwinde das macht keinen spaß lass uns ein paar änderungen machen ich denke an etwas großes und wackeliges tut beiseite ich werde ein türkisches spiel nicht spielen ich denke ich kann deine meinung ändern sagt doch ihr sollt nicht an sie denken jetzt haben wir noch einen quasselnden blöd mal mit dem wir uns beschäftigen müssen los bei nach zugriff ist noch nicht mal etwas gemacht aber box team jawohl gut job noch mehr boxen ich sagte boxen 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 ich bin mir da sind echt schlechten verteidigen kann sein möchte männer ab Ah, da kommen wir noch nicht in den Schock. muss hoch mein gott wusste gar nicht so hart mit der schwelle auf leider das verfugte magie das habe ich mit magie wie komme ich jetzt hoch gute frage hast du schon wieder explodieren ja komplett vergessen muss ich mir muss ich noch wie man verständige sätze spricht ich bin leider nicht ganz so blind wie ihr denkt ich glaube ich werde die pistolen die schwindigkeit jetzt aus max ist schon fast wie ein mg ist keine pistole mehr ach so ist das ist ganz gegen fernkampf angriffen das kann ich immer noch nicht meins in kristall da stehst du mal so lange sowohl ich die geschwindigkeit erhöht habe das macht keinen sind aber ich glaube ich ging es gut kommt schon ich muss doch ungattes treffen hinter zu essen corn dog dog corn an zwei schon level 1 api kelt was bist du für viel ich werde ich auf jeden fall platt machen das gestürzt im spiegel ewig lange spielen mit einem großen brust aha genutzt du bist und ziege marmelade ja hast du gedacht du kannst mich feiten mich feiten ich muss klächen ich muss halten ich muss meine ng abfeuern weil ich habe keine freude und das ist sogar war man sollte eigentlich von hier oben aus abschließen ja ja ich aus übergegriffen heißt warum habe ich brauche was war das was dann jetzt los kann ich ganz vorbeigekommen groß mannach möchte man aus ja kannst du nicht alles abwähren richtig bitch ja bitch kannst du nicht alles abwähren aha genutzt und von mir nicht alles abwähren kommt komm ich da jetzt hoch abwähre ich abwähren abwähren boll ja 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 oh mein Gott flasht super flasht kann sich ein Wadder ich habe sie bogen schützen also schon mal wehnt nein dann ist es jetzt so rüber aber ich nicht glauben kann also extrem kleiden um der dem der them do them do they have to do them so ich freue mich schon gar nicht auf das nächste abschnitt ein nächster abschnitt wird so beschreiben ekelhaft scheiße dumm wenn der buskampf ist wenigstens noch angenehm gegensatz zum nächsten abschnitt aber die ganzen greifen hier sind ziemlich gelauft ganze spiel ich muss lieber und die plattform zu machen eigentlich habe ich gedrückt aber ist okay sehen sie bei mir ist es auf dem konto lebst noch was machen auch mein gott auch das noch nicht mal ausgewiesen ein zielunglich knapp ja oh mein gott fiktig und der schießt die ganze zeit nicht außer genau dann wenn ich ankomme da schießt nicht er schießt nicht aus wenn ich komme es war wird nice try so can we dance man und dunkle magy okay so stick and clean ja bewegt sich zu vater mongo ich finde es gut dass die augen ist von dem fertig gemacht hast du hier kann ich das wieder so ein gegner die nicht von fernkopf angriffen getroffen werden kann ich will schon laufen warum hat sich auf einmal noch dort bewegt und das besteht zu gar nichts war warum kommst du her wieso was bewegt sich wieso kommt auf einmal her jeder der kinder war hier es ist voll voll los otto dumm ich hatte hoh unten homing gott acht gezickt auf blade jonge nein 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 es war klose aufgesagt den welt auf dem weg noch vertan erzelt die irgendwie muss sie sein aber doch nicht außer uli leben genau den leben den ich verloren habe weist dort hingegangen ja hier tag magic 1 smelty mächtig aber son bestell abwägt auch mein kontroller hat sich kurz für eine millisekunde verabschiedet beziehungsweise finden ja warum schießen die gleichzeit die solche ausweichen ich habe so geschafft auszuweichen ich weiß nicht wie knapp was mache ich was mache ich warum ist alles so knapp ja ja eine truhe mit weiterer dunkle magie wir sind unsere person schüsse auf maximum so jetzt kommt abschnittlich am wenigstens mark weil er auch einfach komplett behindert ist so auch im normalen modus bei 21 dann noch bei den augen ja fick dich doch du scheiß auge ich mag dich doch nicht nein um d click 1 dmd k dmd kennen dmd k nacht ографique ant also klappt ja verpiss dich doch du kackauge niemand will dich nein 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 wir sind ja auch so behindert jetzt kommen die und dazu noch die augen ich habe keine lust nein 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 ich habe keine lust mehr dann keine los nein 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 ich habe gar keine los ja gar keine los dann gar keine los mehr gegen diese scheiß augen die sind nervig und klingt nach der scheiße augen sind komplett um überflüssig und scheiße ja hör auf dich zu bewegen oder ich raus hier den annus komplett weg er kommt weg dass ich das überlebt war nur voll fett lack ja voll fett lack und so ja voll fett lack und so ja das war nur lack ja lach hat ja lach hat er fick dich doch mal ja ich dich doch mal ja ich dich doch mal ja finde ich doch normal ja ja es von doch noch mehr von der kack ich mag dich nicht ein soll denn der scheiß ja der scheiß ja was soll denn der scheiß ja so ich da unten der dick wichser getroffen hat fichte ich doch mal ja hat stark scheiß bomben wichser jetzt warum machen die dann soviel bomben wichser ja bomben wichser ja bomben wichser ja bomben wichser ah ich wusste wo ich finden aus dem weg hier ist irgendwo ein bestandteil begraben und ich will es haben es gehört dir du musst nur erst mit vilpa spielen armer vilpa er war ganz aus der fassung gebracht nachdem diese unhöfliche jean ihn fett gemacht hat ist das allerletzte zumindest können uns darauf einigen wahrheit machen da kommt er will boah gefällisches deja vu teuer auch stupid euer flyer fly dazu dann all das was du kratzig die kompressor noch gezoogt bitch get shoot du 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 oiler flyer gut ja leicht leichter box leichter boston bin hatten level wo er jetzt ziemlich gut durchkommen sind muss sagen bis auf der ganze sparen anfang und dann muss man länger zutaten oder sagt mir das jetzt mal kugelschießen ist ich kann man so leicht jungen holly shit was bist du finde ich los silber ein voller fly und trotzdem hat es gesagt ja und er besiegt sie warum ist so leicht ich habe aus dem weg damit damit ich meinen bestandteil finden kann auf keinen fall du und ich ein gemeinsamer weiter erinnerung haben die meinung wir machen das stärker werde ich ich bin unverkehrslich also werde ich ewig leben die muss wofür war das kaum schon noch mehr erinnerung von meiner wenigkeit nach weiter und du bist ich kann mich an nichts erinnern ich fühle mich als sollte ich dich in ketten liegen obwohl ich mich erinnern mich erinnern kann warum gännischen boss was ist nur in ihn gefahren ich weiß es nicht ich habe auch ein stimmbruch was anderes lasst mich für die speichern boss warum klingt ja eigentlich alle gleich keine ahnung ausgezeichnet diese teile mein bist du zweitig in der lage sein wir in den namen noch stärker zu machen ja das für dich das ist das für mich das baumschuss von den pistolen objekt zur stunde kann für ein größer bumm aufgerüstet werden kuchte arbeit männer ich habe dies war mir schon zuvor bestellt bringt mir weiter in diese vorrichtung wirklich baus aber ich glaube ich nicht richtig als leise ein bisschen lauter übernehmen überall so gut deren machen wir noch eben und dann holen wir uns 100 prozent wobei ich sagen würde ich noch machen wir nächsten folge bis dann schau ich